Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge von THE TALOS PRINCIPAL! So, wir wollen schauen, ob wir das jetzt... Was ist das denn da oben? Ist das auch noch ein Rätsel? Wir wollen schauen, ob das jetzt hinbekommen, von hier nach da. Und da zählt Jans Jodos. Damit bekommen wir den hier auch raus. Wir bekommen hier einen Würfel raus. Okay... Worüber der jetzt gut sein soll... Hm... Tja, und da müssen wir eigentlich nur noch hier durch. Einfach. Nur von hier kommen wir an keins ran. Mit dem Würfel kriegen wir aber immerhin den einen Transmitter frei, der uns immer fehlt. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich nochmal wieder von vorne anfangen und alles nochmal wieder aufräumen. Da würde ich aber jetzt einfach nur den hintersten rausnehmen. Und schauen bis wohin wir hier mit den... Teilen kommen. Also, den kriegen wir angeschlossen. Das wissen wir schon. Den kriegen wir angeschlossen. Den müssen wir anschließen. Und weitere glaube ich mal nicht, ne? Das wäre jetzt im Prinzip so, wie wir schon einmal quasi fast hatten. Allerdings jetzt mit einem Teil hier frei. Okay... So, dann müssen wir das mal wieder zünden. Und das ist jetzt ein Problem, weil wir den jetzt nicht da rauskriegen. Also müssen wir hier mit zünden. Auch gut. So. Und dann... Das ist jetzt natürlich wieder suboptimal. Da müssen wir jetzt nochmal nachkorrigieren wahrscheinlich. Aber... Auch hier kriegen wir dann vielleicht zwei rein. Und zwar den... Wenn ich jetzt hier nicht runterfalle... Boah! Nee, geht nicht, ne? Hm... Ja, ganz schön knifflig. So, dem wollen wir auch noch loswerden. Ähm... Ich komme das denn über den Großen hin auch nicht. Hm... Interessant, ne? Die haben das extra so gemacht, dass das nicht geht hier. Seht ihr? So komme ich da dran. Und so da dran. Aber nicht beides. Hm... Interessant. Wie machen wir das? Weil das ist ja Pille-Palle. Aber da kommen wir nicht weiter, ne? Ähm... Wir müssen den hier freikriegen. Den hier. Und das kriegen wir nicht. Doch. Ui, der ist aber knapp. So. Dann brauchen wir den hier. Den brauchen wir da. Da... Waren der jetzt für ein Problem? Wo geht der im Auf und Zu? Hm... Wahrscheinlich, weil der so knapp ist, ne? Kann man den auch irgendwie anders hinstellen, dass wir da besser rankommen. Und dass der nicht so nervt. Und dass der nicht so nervt. So, vielleicht. Nein! 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 Das tut doch vom zuschauen schon weh, oder? Scheiße! Ach nein! Tja, da müssen wir nochmal durch! Nützt ja nix! Da kommen wir wahrscheinlich gar nicht mehr an die Sachen dran, ne? Awww Oh nein, oh nein, oh nein! Leute, das tut mir jetzt echt leid! Aha! Ei, 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 ei! Gut, aber das, äh, ne? Immerhin wissen wir jetzt, wie es geht! Haaa Oh Mann, ist das ärgerlich! Na komm! Hallo? Ich hab einfach vorbeigelaufen! Hallo? Mann, 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 Mann! So, also nochmal das Ganze! So, also nochmal das Ganze! Dann wieder mit... Ich würde sagen, wieder mit dem hintersten anfangen hier! ... 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 Gut! Und dann schauen wir mal wieder. Geht sich ja, dann denke ich mal, hier aus. Moment, wie war das jetzt? Die müssen wir mitnehmen, ne? Sehr gut. So, jetzt nicht noch mal falsch machen hier. Hoch. Tada! Boah. Old Swedish Guy. Das war nervig. So, jetzt gucken wir mal, was wir da oben eben schon gesehen haben. Hier geht's ja um. Hier oben geht's ja weiter. Sind wir mal gespannt, was wir da finden. Sind wir mal. Wetterspitze, genau. Hier sind wir oben auf der Wetterspitze. Hier ist oben, äh, hier ist oben, ja. Garde wohl. Du bist so schlau. Ähm, so, wie kommen wir denn mit den Klamotten ran? Was haben wir denn hier alles? Hm. Hier können wir höchstens den Strahl verteilen. Aber mehr auch nicht. Ach, du lieber Gott. Ach, du dickes Ei. Was ist hier dann los? Was ist das dann auch? Oh ja, der J. So, wie gehen die denn an? Gar nicht. Sobald ich den da drauf stelle... Was soll mir das denn bringen? Verstehe ich noch nicht. Okay, gucken wir mal weiter. Was haben wir noch? Also immer, wenn ich hier was drauf stelle, gehen die Gitter zu. Und machen Ventilenti. Okay. Okay. Verstanden. So, was haben wir noch? Da müssen wir hin. Können wir noch eine aufmachen von hier? Jo, da hinten die. Und da haben wir den ersten Konnektor. Gut. Gut. Das ist gut. So, dann haben wir die schon mal auf. Und bringen uns nicht weiter. Können wir eben die Würfel da rausholen. Nee, da kommen wir nicht dran, ne? Nee. Und jetzt? Naja, wir können halt mit dem Würfel... Vielleicht irgendwie Sachen hin und her transportieren. Oder da hoch oder da runter oder... Na komm. Ich meine ja, ich müsste den... Hier irgendwie rauskriegen, aber... Es könnte sein, dass das nur mit Würfel geht, ne? Tja, das stimmt. Seht ihr in der nächsten Folge von The Talos Principle. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dahin sage ich besten Dank fürs Zuschauen. Und ja, bis zur nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und ansonsten, lasst doch mal bitte einen Daumen und ein Kommentar-Feedback da. Das wäre rechte Töfte. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.